Ohne Internet geht fast nichts mehr heutzutage. Und dank Smartphone und Tablet haben wir ja überall Zugriff. Ich denke dabei selten über Sicherheit oder den Verlust sensibler Daten nach. Wobei man hier eigentlich genauso anfällig für Viren ist wie auf dem Computer im Office. Bei Vodafone Secure Net ist die Sicherheit direkt im Netz. Ich bin vor Viren oder Phishing geschützt und Downloads mit gefährlichem Inhalt werden einfach direkt blockiert. Passiert alles automatisch im Hintergrund. Ganz ohne zusätzliche Software und immer auf dem neuesten Stand. Virenschutz?